Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs klopfen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Klopft. Klopfte. Hat geklopft. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich klopfe. Du klopfst. Er klopft. Wir klopfen. Ihr klopft. Sie klopfen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich klopfte. Du klopftest. Er klopfte. Wir klopften. Ihr klopftet. Sie klopften. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geklopft. Du hast geklopft. Du hast geklopft. Er hat geklopft. Wir haben geklopft. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich klopfe. Du klopfest. Er klopfe. Wir klopfen. Ihr klopfet. Sie klopfen. Sie klopfen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich klopfte. Du klopftest. Er klopfte. Wir klopften. Ihr klopftet. Sie klopften. Den Schluss macht der Imperativ. Klopfe du. Klopfen wir. Klopft ihr. Klopfen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb klopfen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020